Ich glaube, die Idee mit dem Baseball-Bolt hat schon gepasst, eigentlich. Was denn? Die Idee mit dem Baseball-Bolt aber hat schon gepasst, eigentlich. Da muss ich den Baseball-Bolt hüften. Ja, aber wie kriegst du den Ball nach oben? Da ist eh das Luftdingens dann, das hätte. Hier kann nichts draufstehen. Aber in die Ecke oben bist du reingekommen schon, also in die Rechte. Da ist ja auch so ein Luftdingens. Warte mal, ich versuch mal eben. Ja, aber du stopfst doch nicht so früh, vielleicht kommt die später erst aus der Luft da drüben. Hier die Luft, meinst du? Die da rauskommt? Ja. Das kommt, glaube ich, erst später hier. Da drüben ist auch teilweise, also kommt auch nicht direkt raus. Ah, Brett, geh mir nicht auf den Wecker. Ach, das kann ja auch nicht sein. Ah, Brett, das ist. Gut gehört. Kannst du das nicht irgendwie über den Pfeiltasten drehen, wenn du es am Fözer hast? Ja, ich bewege mich nicht. Hey, ich sitze ja schon bequem. Du machst das alles hier mit der Maus. Warte mal. So. So. Ich weiß gar nicht, wofür die Luft ist, die da rauskommt. Wo ist der Ball hoch? Ich will mal gucken. Jetzt wollte ich ja mal testen, ob der das wirklich macht. Dačkommst, ob der da hinten rauskommt. Kommt da hinten, nach der Luft. Ja, eben. Bauchkante. Der hat fast etwas geschafft. Naja. Ihr lasst die Sparte einfach direkt bevor er das direkt draufsteht, auf die zweite Kante. Oder? Also, wie kann der Ball. Ja... Brauchst du nur da oben ein, dass es aus dem Ball ranzieht. Den Staubsaugertyp. Ja... Musst du irgendwie da oben hinlegen oder so. Naja, dass du vielleicht in der Ecke da oben den Ballon reinstellst, dass das da rüber geht, dass der Ball ein bisschen rübergekickt wird, oder? Bleibt da oben, glaub ich, wo der Ballon? Ne. Die Oberregel, dass du auch im Decke kommst, sonst... Ne. Ne. Ach, geht sich nicht auch so gut. Ich würde sagen, den Raucher hier hin. Äh, Quatsch, den Raucher sei schon. Stop, sag ich doch hier nicht. Den Sauger hier hin. Jawoll, komm mal ja. Rotation, Rotation. Attention, Attention. Testen. Ja. Ja. Jetzt schau ich da nach unten. So weiter drehen. Dass er auf dem Rücken fällt. Ich glaube, er hat seine Kurs. Oh ja, ja. Er hat genug Power. Ich sehe mich da da hängt. Klaas, was ist Klaas? Was ist das? Nein! Ja! 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 Hahaha! Geil! Warte mal, ich muss mir mal eben ein Zigaretzchen brauchen. Oh! Errungenschaft! Freigestaltet. Sehr gut, ja. Aha! Ach ja! Die haben aber auch den da oben schön gemütlicher gelesen. Ja, wir haben... Die haben so etwas anders gelöst, aber oben? Ja, etwas anders. Du hast sogar 1,5 Stück weniger gebraucht als die Jungs. Ja! 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 Also, ich hab jetzt noch nichts laufen, weil da die Zeit abläuft. Darum guck ich jetzt schon mal. Hier unten ist eine Rampe, also der Ball muss hier hoch. Ich nehm mal an, hier hinter ist nichts. Wenn ich den Staubsaugertyp hier hinlege, zieht er den Ball hoch, wenn er oben ist. Ich mach einfach mal. Ich mach einfach mal. Ich geh doch den Staubsaugertyp hier hin. Schafft er das? Müsste, oder? Ja. Darf halt nicht umfallen, wenn er umfällt, war es das. Ja. Was ist eigentlich, wenn ich den Bagger hier hin stehe? Geht nicht. Ne. Ah! Ich könnte hier so'n Sprengheil hier hin machen. Wie Bad Position. Okay, geht nicht. Oder? Was denn? Du? Ne, geht auch nicht. Ist schräge. Da geht nichts. Also, wie ich schon am Anfang sagte, den Staubsaugertypen. Ja. Hier oben. Ich teste mal an. Okay. Jo. 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 Well that's ayy. Jo. Jo. squishy. Jo. Hier oben drin steht. Äh, das ist so ein Reitdauer, äh, ein Reitdauer. Nee, der bleibt da nicht stehen. Aber in die falsche Richtung. Wenn er nur den Ball erwischt, dann wird er ja nicht angesaugt, dann saugt er ja den Ball an. Guck mal, Fluss 2 oder so. Nee, geht nicht. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Kann ich den da hinsetzen? Haupp mich hin. Kann man eigentlich den Raketen-Tippen drehen? Ja, also hinter kann ich nichts... Ja klar, du kannst alle drehen. Aber ich kann nichts hier hinter setzen. Ja, vielleicht, dass der Raketen-Tipp hinter geht, wenn's ihn dreht. Was er aus der vierten Startbahn hernimmt. Ich versuch mal was. Vielleicht, dass der und dann den Ball anschiebt. Bira da. B-B. B-B. Ball spielst nämlich. Das hat mich ja gemeint erst. Was? Den, wenn ich den Ball spielst. Das hat mich ja gemeint eigentlich. Warte mal, ich muss es mal eben ein bisschen lauter machen. Ja. So, was meintest du? Wenn du den Raketen-Tippen hinter den Ball stellst, dass der den raufschiebt über die Rampen. Ich kann nichts hinter den... Den müsstest du reinstellen können. Der ist auf der Schräge jetzt gerade, der Raketen-Futzi. Tschüss. Irgendwo in die Luft. Ja, süß. Ich versuchte. Na ja, es ist hier den runterdrückt und dann da gleich... Boah. Langsam die Bannhof ruppt. Ich glaube, das ist zu steil, oder? Ne. Nein, ganz klein wenig zu steil. Abgegner hinten los. Weil immerhin der Ballon fliegt. Könnte aber schwierig werden, weil das ziemlich nach einem 90 Grad Winkel aussieht. Ne, also das können wir schon mal vergessen. Ja, da hast du einfach für mich zu steil gerade gestellt. Hm. Ja, aber eventuell sein, dass der nicht nach oben geht. Der müsste ja dann in einem stumpfen Winkel sein. Kannst du nicht mit dem Bulldozer den da hochfahren? Ne. Geht nicht, wa? Warte, schon probiert. 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 Warte, schon probiert.